Sie möchten Ihr Produkt herstellen und dabei Entwicklungs- und Versuchskosten minimieren? Mit Walter setzen Sie auf maximale Effizienz im Fertigungsprozess. Mit dem integrierten CAD-CAM-System, bei dem die Fertigung mit der Konstruktion digital vernetzt wird, bieten wir Ihnen eine Lösung, durch die Fertigungsprozesse hocheffizient und Entwicklungskosten bedeutend minimiert werden können. Sie liefern uns lediglich die CAD-Daten Ihres Produkts. Wir erstellen daraus ein 3D-Modell, legen mit Ihnen die Anforderungen Ihres Produkts fest und berücksichtigen dabei stets Ihre Produktionsmöglichkeiten. Am CAD-CAM-Arbeitsplatz wird das 3D-Modell analysiert, das Vorrichtungskonzept vorbereitet und die Position in der Aufspannung geprüft. wird der Fertigungsplan für die Werkzeugproduktion definiert und die komplette Bearbeitung des Werkstücks wird simuliert. Erst wenn alle Operationen im Fertigungsprozess präzise definiert und geprüft sind, wird das NC-Programm generiert, gespeichert und an die Maschine weitergegeben. Mit dem CAD-CAM-Service von Walter erhalten Sie den optimalen Ablauf für Ihren Fertigungsprozess. Sie vermeiden hohe Werkzeug- und Versuchskosten und steigern maßgeblich die Effizienz und Produktivität Ihres Unternehmens. Der CAD-CAM-Service von Walter – für maximale Effizienz im Fertigungsprozess. Der CAD-CAM-Service von Walter – für maximale Effizienz im Fertigungsprozess. Der CAD-CAM-Service von Walter – für maximale Effizienz im Fertigungsprozess.